Ihr wandert gerne und wollt dabei tolle Fotos aufnehmen? Dann seid ihr hier richtig. Auf dieser Fototour durch die Klusberge erstellen wir knackscharfe Bilder. Willkommen bei Wandern und Fotografieren im Harz. Ich bin Angelika und nehme euch heute mit auf eine Fototour in die Klusberge bei Halberstadt. Der fotografische Schwerpunkt ist die Fokusverlagerung beim Fotografieren. Wir starten auf dem Wanderparkplatz vor der Klus 1, eine gute Stunde vor Sonnenuntergang. Gehen an der Villa Klus vorbei und biegen links ab. Der breite Wanderweg ist in Richtung Fünf-Finger-Felsen ausgeschildert. Vorbei geht's am Fliegerdenkmal. Die Natur rechts und links des Wanderwegs präsentiert sich in den schönsten Frühlingsfarben. Schon bald präsentiert sich der Fünf-Finger-Felsen in einem von der Stadt extra dafür aufgestellten Rahmen. Diese Gelegenheit will ich natürlich für ein Foto nutzen, habe jedoch ein Problem. Wenn ich auf Rahmen und Felsen scharf stelle, werden die Bäume unscharf. Und umgekehrt, bei scharfen Bäumen erscheint der Felsen leicht verwaschen. Um nun ein insgesamt scharfes Bild zu erhalten, nehme ich mindestens zwei Fotos auf. Diese werde ich später bei der Bildbearbeitung überlagern. Am einfachsten funktioniert das im manuellen Modus der Kamera. So sieht das zusammengefügte Bild nach der Bearbeitung aus. Um den Fünf-Finger-Felsen noch besser zur Geltung zu bringen, habe ich es gekroppt. Viele Kameras bieten im Automatikmodus ein Menüaufnahme mit Fokusverlagerung an. Hier am Beispiel der Nikon Z7 gezeigt. Das ist dann natürlich viel einfacher und die Kamera hat in diesem Fall nicht nur zwei, sondern vier Aufnahmen mit unterschiedlichem Fokus erstellt. Damit werden dann auch kleinere Details wirklich scharf abgebildet. Ich nutze dieses Menü gerne. In den Untermenüs lassen sich die maximale Anzahl der Bilder, die Schrittweite, das Intervall zwischen den Aufnahmen und mehr einstellen. Die spezifischen Werte sind je nach Kamera verschieden. Am besten probiert ihr unterschiedliche Einstellungen aus. Für mein finales Bild habe ich mich dann doch für einen natürlichen Rahmen aus Baumstämmen entschieden. Auf diesem kommt der von der spätschen Nachmittagssonne beschiedenen Fünf-Finger-Felsen noch besser zum Ausdruck. Wieder habe ich die Technik der Fokusverlagerung eingesetzt. Wenn ihr dem Weg zum Fünf-Finger-Felsen aus weiter folgt, kommt schon bald der gewaltige Klus-Felsen in Sicht. Auch dieses Bild ist ein Stack aus mehreren überlagerten Einzelfotos, die ich im automatischen Modus aufgenommen habe. Es ist von vorne bis hinten scharf. Ich folge dem schmalen Pfad, der auf den Flussfelsen führt. Noch bevor ich oben bin, komme ich zu einer kleinen Höhle und gehe hinein. Von hier aus möchte ich die frühlingsgrünen Bäume eingerahmt von der Höhlenöffnung fotografieren. Meine Kamera verweigert mir die automatische Fokusverlagerung. Also nehme ich zwei Fotos auf. Bei diesem habe ich die Bäume scharf gestellt. Beim zweiten Foto habe ich, wieder im manuellen Modus, auf den Höhleneingang fokussiert. Dabei muss ich relativ lange belichten. Und das hat zur Folge, dass der Himmel strukturlos erscheint. Das gefällt mir nicht. Deshalb setze ich die HDR-Technik ein. Wenn du mit HDR nicht vertraut bist, schau dir bitte das Video Torfhausmoor HDR aus der Serie Wandern und Fotografieren im Harz an. Dort habe ich HDR erklärt. Es ist ein aufwendiges Vorgehen und verlangt bei der Aufnahme und hinterher bei der Bearbeitung etwas mehr Professionalität. Um das Ganze hier etwas abzukürzen, habe ich alle Aufnahmen in einer Grafik zusammengestellt. Jeweils nebeneinander die Fotos mit unterschiedlichem Fokus und untereinander die Pärchen mit verschiedenen Belichtungszeiten. Dies ist das fertig bearbeitete Foto. Die Bäume sind scharf, der Höhleneingang ist scharf, aber leider nicht der Stein unten links im Vordergrund. Ich hätte jeweils ein drittes Foto gebraucht, mit dem ich auf diesen Stein fokussiert hätte. Das ist mir leider zu spät aufgefallen. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Inzwischen ist schon die goldene Stunde angebrochen. Die Zeit vor dem Sonnenuntergang. Vom Clouse-Felsen habe ich einen schönen Blick zurück zum Fünf-Finger-Felsen, der allerdings recht weit entfernt ist. Deshalb tausche ich das Weitwinkelobjektiv gegen das 50 mm aus. In der goldenen Stunde setze ich gern die bereits erwähnte HDR-Technik ein. Alle interessanten Objekte sind weit genug entfernt, sodass ich auf Aufnahmen mit Fokusverlagerung verzichten kann. Ich will auf einen Rundweg zum Parkplatz zurückgehen, um auf diesem noch einmal den Blick zum Clouse-Felsen zu genießen. Deshalb schlage ich den Weg an der Fledermaus-Tafel vorbei zur anderen Talseite hin ein. Am Weg bei Saarmberg folge ich der Ausschilderung zum Ausblick nach Halberstadt. An der Weggabelung gehe ich rechts in kleinen Anstieg zum Aussichtspunkt hinauf. Oben angekommen, genieße ich den Blick auf den Clouse-Felsen und Halberstadt in der friedlichen Abendatmosphäre. Ich gehe den Hügel auf der anderen Seite wieder hinunter und biege dann scharf rechts ab, um zurück zum Fünf-Finger-Felsen zu kommen. Von der Teufelskanzel gibt es noch einmal einen schönen Blick auf den Clouse-Felsen. Ich halte mich weiter rechts und sehe erneut den Fünf-Finger-Felsen. Die goldene Stunde geht jetzt schon in die blaue Stunde über. Die Zeit nach dem Sonnenuntergang, in welcher der Himmel einen blauen Farbton annimmt. Ich gehe zurück zum Parkplatz. Euch wünsche ich knackscharfe Bilder und eventuell eine schöne Wanderung in den Clouse-Bergen. Außerdem lade ich Euch zur Bildbearbeitung auf Zellapix ein.